Blau und schlau, ich bin schon ganz aufgeregt. Oh, da ist es. Wisst ihr, ich weiß jetzt schon, dass ich eure Hilfe brauche, um rauszufinden, was Blue heute draußen machen will. Ihr helft doch mit. Oh, ein Glück. Klasse. Wir suchen einen Pfotenabdruck. Hinweis Nummer 1, den malen wir ins Notizbuch. Und was spielen wir jetzt? Blau und schlau, blau und schlau. Wir suchen noch einen Pfotenabdruck. Hinweis Nummer 2, der kommt ins Notizbuch. Und was spielen wir dann? Blau und schlau, blau und schlau. Wir suchen noch einen Pfotenabdruck. Hinweis Nummer 3, den malen wir ins Notizbuch. Ihr wisst jetzt, wie es geht, Leute. Blau und schlau, blau und schlau. Wir sitzen im Nachdenksessel und denken, denken, denken. Wir strengen uns etwas an, gehen Schritt für Schritt voran. Ruhig Blut, nur etwas Mut. Dann wird alles gut. Na gut, dann können wir jetzt rauswachsen. Ich meine, rausgehen. In welche Richtung ist Blue gewachsen? Ich meine, gegangen. Sie ist da lang gegangen. Oh, in die Richtung. Vielen Dank. Danke. Ich danke. Vielen Dank.